Manchmal habe ich eine Idee, die ich nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Um dann doch irgendwie Seelenfrieden zu bekommen, schnappe ich mir mein Skizzenbuch und fange an zu zeichnen. Skizzenbücher sind sowieso genial. Wenn du noch keins hast, leg dir am besten eins zu. In diesem Fall war die Idee so penetrant, dass ich direkt anfangen musste zu basteln. Auch wegen der Einfachheit der Idee. Das Konzept ist simpel. Betonblock mit was drauf. In meinem Fall heißt das Pappquader ausschneiden und zusammenkleben, dann einen Pappkaffeebecher und leere Holzleinflasche draufkleben, alles detaillieren und anmalen. Zack fertig. Simples Silo. Und jetzt genieß erstmal das Video. Und jetzt genieß erstmal das Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.